So, ein neuer Tag, ein neues Glück. Wir sind wieder mit dem Move auf der Wega angekommen. Es ist Spaß beim Lernen. Ich zeige euch das einmal schnell und dann erkläre ich es vielleicht nochmal. Also, ganz tief in die Brühe. Warte, es geht nicht gut. So geht es besser. Ready? Ready? Nöwen, sechs, sieben, vier. Gut, gut. Also viel Spass beim Lernen. Wir sehen uns nächste Woche. Danke daran. Hashtag Essistudio und wir sollen reposten. Viel Spass, bis zum nächsten Monat.